Hallo und herzlich willkommen zu EEP 14 und unserer kleinen Bastelstube und ja, es ist Ostern, es ist Ostersonntag. Ich wünsche euch frohe Ostern, auch wenn es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz Ostern ist, aufgrund eines kleinen, ja, ich bin in einem spontanen Urlaub quasi, musste ich die Folge denn doch ein bisschen vorproduzieren. Wir haben jetzt den 29.03. für alle, die es interessiert und das bedeutet, dass ein neues Update rausgekommen ist, beziehungsweise ein Plugin heißt es ja bei EEP und das ist die Version 14.1. Ja, es gibt da ein paar Neuerungen, die uns vielleicht, ja, sehr viel, sehr viel Möglichkeiten geben. Zum Beispiel, ich werte jetzt hier nicht alles, das wird jetzt kein Infovideo für dieses Plugin, sondern ich würde einfach gern ein, zwei Punkte kurz zeigen, damit ihr da so grob mal Bescheid wisst und generell müssen wir da mal schauen, ja, wie wir da was nutzen können. Also es gibt die Möglichkeit anhand neuen Vehikeln und ja, da kann man wo Baumstämme aufheben und dergleichen. Das sind jetzt so Dinge, die für mich nicht so interessant sind, also die sind schon toll, aber so weit sind wir hier noch gar nicht. Was ein bisschen interessanter ist für den jetzigen Zeitraum, ich war mir immer nicht sicher, soll ich einspurige Straßensysteme nehmen oder nicht und ach, das mit diesem Unterschied für jemanden, ja, der dieses Spiel, ja, mehr oder weniger ja noch neu hat, war das schon ein bisschen verwirrend, was kann man nehmen, was kann man nicht nehmen und ist das dann kompatibel untereinander und wie frickelt man das nachher zusammen, diese zwei verschiedene Straßensysteme und man hat natürlich ganz viele Systeme auf den alten Straßensystemen und ganz wenig auf diesen einspurigen neuen Systemen und ja, da ist die Lösung in dem Plugin, es kostet aktuell, kleiner Tipp, 25 Euro, glaube ich, in den Shop statt 30. Ja, da habe ich gleich mal zugelangt und da ist das ganz cool, ich muss mal gucken, hier ist das dann und da können wir das von einspurige auf eine zweispurige Straße machen und das heißt, wir können jede Straße mit jeder kompatibel machen, also das ist schon eine sehr coole Sache, also da kann man nur sagen, haben die Entwickler eine sehr gute Arbeit geleistet, wenn das dann auch alles fehlerfrei funktioniert ja, das ist für mich jetzt erstmal das wichtigste an Neuerungen, was für mich jetzt gerade als Anfänger halt hervorsticht war mir halt wichtig, das zu erklären, nicht, dass ihr euch wundert, wenn wir hier mit den Straßen mal irgendwie anfangen zu bauen das wird, denke ich mal, auch in den nächsten zwei, drei Folgen mal losgehen, dass wir hier so die erste Industriestraße bauen und ja, da müssen wir da irgendwie über die Schienen kommen und und und, ob wir da eine Brücke machen oder so, müssen wir mal gucken das heißt, mit den Straßen würde ich halt zeitnah auch anfangen und wollte nur schon mal vorsorglich erklären, dass wir da jetzt mega flexibel dank diesen Updates sind, man muss das halt, wie gesagt, kostenpflichtig erwerben ansonsten hat man meines Wissens nicht diese Option, in den Objekteigenschaften das Objekt umzustellen ja, gibt natürlich noch eine Menge andere Neuerungen, aber wie gesagt, ich würde jetzt hier nicht so gerne den Erklärbär an dieser Stelle spielen und, ähm, würde sagen, dass wir da halt, ähm, ja, unseren Hügel weitermachen, dort habe ich auch, ähm, ja, Hilfe von euch bekommen ich glaube, der Uwe, Mike waren es, die beiden, ähm, haben mir geschrieben und Tipps gegeben beziehungsweise der Mike hat mir ein Video, ähm, geschickt und der Uwe, wenn ich, ich hoffe, ich verwechsel nicht, dann tut es mir, wenn leid ähm, hat mir, ähm, was geschrieben, bevor ich das aber jetzt gleich zeige, was mir geschrieben worden ist, ähm, würde ich ganz gerne eine Frage stellen wisst ihr, wie wir das wegkriegen, wir haben hier so eine tolle Mauer, ich finde die Mauer schön, ich würde die hier gerne auch verwenden die sieht schon so ein bisschen nach einer Industriemauer aus, ne, das ist, kann man schon sagen, nicht unbedingt so von der Seite könnte es auch eine normale sein, aber oben, ich finde, das ist jetzt keine Gartenmauer als solches, ähm, zumindest würde ich mir sowas nicht in den Garten stellen also, finde ich, passt die super hier hin und ich würde diese Mauer hier auch echt gerne lassen andererseits, ähm, habe ich ein Problem und das ist, dass hier fehlt so eine Art Skin, so eine, ich, Textur, so heißt es ähm, ja, wisst ihr, was man da machen kann gibt es da Möglichkeiten, liegt es einfach nur an der Mauer oder ich weiß es nicht, oder habt ihr andere tolle Mauern, die vielleicht ähnlich aussehen, die wir hier verwenden können ich weiß es nicht, ähm, alternativ könnte ich die Mauer ja auch ein bisschen kürzen und was da vorstellen, so Container oder so also ein bisschen tricksen könnte ich da ganz weg, muss die Mauer nicht unbedingt aber wenn ihr, äh, eine Lösung habt für dieses Problem ich, wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht es ist nur an den Enden, an anderen Enden ist das übrigens genauso ja, da sieht es dann genauso aus da fehlen irgendwie die Texturen oder ja, weiß der Geier, ne, so sieht die Mauer toll aus ich finde, die passt hier toll rein aber ja, im Gesamtergebnis dann, ähm, ein bisschen unbefriedigend aufgrund dieser Tatsache ich hätte halt sonst ganz gerne hier noch so einen Maschendrahtzaun gezogen oder irgendwie sowas in der Art nach beiden Grundstücken verschiedene Zäune vielleicht auch jedes Grundstück ist natürlich immer ein bisschen individuell man sieht es ja schon am Untergrund ja, also wie gesagt da, wenn ihr da Abhilfe wisst oder wisst, woran es liegt vielleicht liegt es, wie gesagt, auch einfach an dieser Mauer hier das kann natürlich auch sein für alle, die sich fragen, wie die Mauer heißt hier haben wir sie eine Ufer-Ziegelnmauer ist das also Ziegel-Steinmauer, um genau zu sein äh, vielleicht liegt es einfach daran weil die jetzt Ufermauer gedacht ist ich weiß es nicht gut, aber jetzt kommen wir zu dem wo wir aufgehört haben und das ist unser toller Wald und da habe ich den kleinen Tipp bekommen wie ich da ein bisschen besser arbeiten kann wir müssen uns mal ein bisschen hinscrollen also der Wald ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne der Wald, ich weiß nicht, wie ihr seht aber ich finde, der sieht echt mega aus also richtig cool ich überlege hier sogar noch ähm, Wanderwege zu machen und vielleicht kann man hier so ein, zwei Manikiken rumlaufen lassen mit so einem Hündchen oder so Wanderleute ich weiß es nicht ähm, ich kann mir vorstellen dass das hier so ein, so ein auch ein Wandergebiet ist wo auch eine Firma sitzt die abholzt ja, das muss auch sein aber, ähm, vielleicht kann man das hier auch einfach als Wanderfläche nutzen würde ich ziemlich cool finden so, jetzt aber ganz kurz zu der Geschichte ähm, was mir als Tipp gegeben worden ist ah, da muss ich hier hingehen ich, ähm, muss immer noch gucken wundert euch nicht ich muss immer noch mal gucken, wo man klickt ich habe hier das Gelände gestaltet wie folgt mit diesem ersten kleinen Berg hier quasi habe ich, ähm Unebenheiten reingebracht also erhöht und gesenkt und dadurch haben wir hier diese gewissen Unebenheiten bekommen sieht dadurch auch echt, echt cool und natürlich aus allerdings will man an manchen Stellen natürlich äh, so wie hier einen besseren Übergang haben ja, also man will da ja nicht so coolen und sonst was haben äh, ich habe da ja ganz schön rumgefrickelt um das so halbwegs natürlich wirken zu lassen jetzt war es ja, ich glaube der Uwe war es ich will es, wie gesagt ich weiß es nicht genau ähm, auf jeden Fall ähm, mein Gott jetzt habe ich den Faden verloren jetzt habe ich den Faden verloren ähm, Entschuldigung auf jeden Fall wurde mir empfohlen von dieser Person ähm, steht in den Kommentaren im letzten Video auch drin dass ich dieses Werkzeug hier nehmen soll das ist das dritte und das heißt Glättung von Unebenheiten der Oberfläche ja, und dort können wir einmal ganz grob und einmal ähm, ja ganz fein natürlich auch arbeiten und auch mit weniger Intensität also die Intensität ist immer die Stärke wie doll etwas funktioniert also das wäre jetzt, äh, Intensität 100 ist, dass er schnell arbeitet das ist das Schnellste, was er arbeiten kann die Intensität spiegelt eigentlich nur die Geschwindigkeit während das halt, ja doppelt so lange braucht, um ähm diesen Prozess auszuführen welchen, ja was auch man immer gleich auswählt heute haspel ich ein wenig weiß auch nicht warum tut mir auch leid ähm aber das kriegen wir hin ich will jetzt mal ganz kurz zeigen, was dieses Tool macht wir machen das auch rückgängig dann wieder weil wir haben das hier schon mehr oder weniger angeglichen werden dann en detail äh, minimal nacharbeiten naja, wir lassen es mal auf 70 dann seht ihr wenigstens auch was und zwar können wir damit diesen Boden ja, perfekt das ist wirklich perfekt angleichen und mit der SDG-Taste kann man sogar umgekehrt damit arbeiten also ziemlich cool da kann man ziemlich abstrakte Sachen machen habe ich rausgefunden äh, in dem Fall sieht das natürlich jetzt nicht wirklich toll aus aber, ähm die Möglichkeiten sind da auf jeden Fall gegeben dass man da auch sehr abstrakte Sachen mitmacht aber, ähm das Wichtigste ist, wie gesagt man kann damit den Boden glätten wenn man jetzt hier halt ganz normal das Tool ausführt wir schauen uns das mal an ich wollte das halt nur gezeigt haben ich konnte jetzt hier in dieser Folge auch nicht ganz so viel Neues äh, vorbereiten sonst hätte ich wahrscheinlich schon mit der Straße angefangen aber ich wollte mir dieses neue System wenigstens einmal angucken und da ich, wie gesagt sehr spontan in, ähm Urlaub jetzt schon bin wenn dieses Video kommt wollte ich mich damit noch nicht auseinandersetzen und dann geht das schief und, ähm wir ärgern uns also würde ich sagen machen wir folgendes wir setzen den Wald ein weiteres neues Feature soll es sein ja, wir können das mal speichern äh, eigentlich nicht ne, brauchen wir nicht ähm ein weiteres neues Feature soll es sein dass man in 3D-Editor das war ja auch mein Problem ähm im 3D-Editor sollte man eigentlich Sachen Objekte auch, ähm markieren und kopieren können zumindest ah, okay ich muss wahrscheinlich immer die SDG-Taste drücken dann kann ich das hier so, markieren Block bei gehaltener Shift-Taste eine freie Auswahl markieren okay Shift-Taste ist es, ne Shift-Taste ähm liebe Spiel so, wir können mal ganz zurückgehen das ist alles ganz toll aber wie also eigentlich sollte das ähm sollte das funktionieren oder muss ich die gedrückt lassen ja, ich weiß es nicht wir machen es einfach ähm standardmäßig dann gehen wir hier hin ist hier überhaupt gar kein Problem sagen hier Kollege kopiere das mal zack wir haben hier einen Block den setzen wir jetzt hier hin ja die Frage wo setzen wir ihn hin ich würde fast sagen hier drehen den auch mal ordentlich so dauert ein bisschen der muss natürlich berechnen ne weil so viel Bäumen so viel Objekten die da drin sind dauert die Berechnung natürlich das ist ein bisschen sehr wild wir können das auch anders machen wir können hier auch hingehen und sagen komm das passt schon äh Drehrichtung 90 Grad so dann haben wir das nämlich in 90 Grad auch das kriegt man ohne Probleme hin die Frage ist wo setzen wir es jetzt hin ich glaube mit den 90 Grad ist nicht so gut ich glaube wir brauchen 180 wir drehen es einmal komplett und setzen es hier hin so und alles was so ein bisschen übersteht werden wir dann wegstutzen oder optimieren das kriegen wir noch hin so und dann haben wir das Stück gesetzt dann haben wir da nämlich auch Bäume gleiches machen wir jetzt aufs Neue sagen wir nehmen uns hier einen Abschnitt und so kann man dann Step by Step wirklich ziemlich ziemlich schnell so können wir mal um 90 Grad drehen kann man dann wirklich ziemlich schnell den Wald hier auch vergrößern ohne Probleme und der Wald kann auch ruhig ein bisschen ineinander verlaufen also hier sieht man ja diese Übergänge das kann ruhig ein bisschen ineinander sein das ist jetzt nicht schlimm wenn wir uns das mal angucken von oben ist das gar nicht so schlimm und wahrnehmbar ich bin unter der Erde glaube ich ja wir waren einfach am Ende der Karte so und hier haben wir den Wald und man sieht nicht dass das ineinander ist hier fliegen noch Tannen das ist das was ich meine diese Tannen machen wir dann manuell weg hier könnte man eine riesige Felswand hin machen wenn wir wollen müssen wir mal gucken ob wir das denn wollen und wie gesagt diese Bäume können wir dann entfernen geht in zwei Edito auch schneller nur ich wollte zeigen dass das auch so geht so jetzt müssen wir mal gucken jetzt haben wir es auch gleich so geschafft die letzten paar Bäumchen den kriegen wir jetzt auch noch hin wobei wir nicht wissen ob unten auch Bäume hinkommen aber vielleicht nehmen wir da auch andere vielleicht nehmen wir da einen anderen Wald den Laubwald eher das ist ja jetzt eher ein Nadelwald logischerweise oh das dauert länger als gedacht das hätten wir deutlich schneller haben können so hier sind auch ein paar kleinche äh kleine Bäume kleinche so was war das denn für Wurzelron weiß es nicht so dann machen wir das so 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 ich glaube das sieht gut aus wie gesagt können wir in 2D Editor natürlich noch mal ein bisschen genauer nacharbeiten und nachgucken ähm da machen wir uns jetzt mal nicht verrückt ja auf jeden Fall sieht der Wald ja schon wirklich impulsiv aus und das führen wir jetzt fort also mein Ziel ist es am Ende der Aufnahme wirklich ähm den Hügel bewaldet zu haben das wäre ganz schön und dann müssen wir mal schauen so ich glaube das können wir so machen ich hoffe das sind nicht zu viele Bäume man weiß es ja immer nicht nö das passt drehen wir um 90 Grad ja und dann müssen wir mal gucken in der nächsten Folge wie gesagt ähm werden wir mal schauen ob wir nicht ja vielleicht schon die erste Straßenindustriegebiet setzen ähm dass wir auch mal gucken wie kriegen wir zum Beispiel Einfahrten auf Grundstück also Grundstückseinfahrten hin ist ja auch eine wichtige Sache ähm ist auch eine Sache wo ich so ein bisschen Sorge habe dass das nicht leicht klappt aber gemeinsam mit mit der Power von euch im Hintergrund sollten wir das geregelt bekommen so dann machen wir hier noch so einen schmalen Grad den kopieren wir auch sagen ganz klar den wollen wir um 180 Grad gedreht haben äh für alle die sich jetzt fragen und die letzte Folge nicht gesehen haben und sich fragen warum drehst du das um 180 Grad was soll das bewirken das bewirkt einfach nur dass gewisse Muster die gegebenenfalls vorhanden sind ja ähm nicht sofort zu erkennen sind das heißt wenn ich jetzt hier meinetwegen die Bäume in einen V aufgestellt hätte und ich würde die spiegeln würde das ja eher fast ein A entsprechend zwar wie der Mittelstrich aber ähm ja zur Verdeutlichung ich hoffe ihr versteht was ich damit meine bin mir da nicht so sicher ob das nicht vielleicht zu kompliziert ist wie ich das sage aber so ist es dann halt letztendlich ähm ich bin ja das ist toll aber so wir hatten da ne die brauchen wir doch ok ok dann haben wir die da jetzt brauchen wir hier so einen Abschnitt so einen vielleicht den kopieren wir auch auch den drehen wir damit keine Wiedererkennung gegeben ist und setzen den dann dahin ja ist jetzt nicht das allerspannendste natürlich also ähm das ist mir klar dass ähm dass viele natürlich Schienenbau und alles sehen wollen auch das werden wir definitiv noch angehen aber ich finde diese Landschaftsgestaltung gerade weil es auch so wenig Videos dazu gibt wobei ich gesehen habe der Wolle zum Beispiel der hat jetzt angefangen eine Deko Bastelstube zu machen finde ich auch ziemlich cool ähm ich kam da noch nicht dazu so viele Folgen davon zu gucken beziehungsweise ich habe bis jetzt leider nur geschafft die erste zu gucken aber ich finde die Idee halt sehr gut weil spiegelt das wieder was ich ja vermisst habe ähm ja dass man mal guckt wie dekoriert man wie gestaltet man wie macht man es ist halt leider fast nirgends irgendwas zu finden und wie gesagt der Mike hatte da ein Video auf seinen Kanal danke auch dafür dass du mir den Link geschickt hast ähm hab mir das natürlich auch angeschaut und ähm ja das ist dann immer ganz hilfreich wenn man da irgendwas hat ähm ne hier will ich nicht wir nehmen wir von hier hinten so dann kopieren wir das und dann haben wir ja zumindest den Rand hier schon mal fast fertig ähm ja drehen wir um 1800 Grad ist klar so ich glaube das kann man so anbieten wir gucken mal ja das kann man machen aber es sieht schon imposant aus mit dem Wald dass hier drin so ein paar kahle Stellen sind das ist natürlich einfach das finde ich gar nicht so schlimm und hier muss natürlich auch noch Wald hin aber das können wir wiederum ganz schnell machen weil das eine große Fläche ist können wir hier wirklich sagen komm her wir machen das so ich hoffe es sind nicht zu viele Bäume ich weiß es nicht nö sind es nicht haben wir Glück gehabt wer sich fragt warum zu viele Bäume ich glaube die Grenze liegt bei 1000 Objekten wenn ich es richtig in Erinnerung habe und ja alles was da drüber ist ist nicht kopierbar dann oder bearbeitbar whatever so dann haben wir das hier das läuft dann brauchen wir da natürlich noch so ein kleines Stück und wie gesagt alles was nachher irgendwie ähm an Bäumen zu viel ist werde ich dann äh weg machen wahrscheinlich zwischen den Folgen wahrscheinlich einfach zwischen den Folgen weil ja gut wie man jetzt Bäume entfernt haben wir vorhin gesehen und ich glaube nicht dass ihr da jedes Detailgeld sehen muss wie man jeden Baum dann entfernt das wird dann wahrscheinlich einfach auch den Rahmen sprengen wir schauen uns das mal an wie das hier vorne jetzt aussieht das heißt wir haben jetzt hier gearbeitet der Wald endet da das ist schon mal gar nicht so schlecht wir könnten jetzt hier auch mit Blenden arbeiten also es gibt so Waldblenden die man da vorstellen kann ähm das würde halt auch gehen das könnten wir mal gucken ob wir das machen letztendlich müssen wir mal gucken dass hier eine Straße hochführt oder so wir müssen mal gucken wir finden da schon irgendwie was was wir da machen können und ähm ja wenn ihr Ideen oder oder Vorschläge habt was wir hier noch machen müssen oder ja was man halt noch so machen könnte dann könnt ihr das natürlich jederzeit posten das war nicht so gut ich lese mir dann selbstverständlich alle Kommentare durch aber es gibt einen kleinen Hinweis da ich im Urlaub bin in einem Kurzurlaub wie gesagt ähm bin ich natürlich nicht in der Lage oder oder ja doch über das Smartphone wäre man schon in der Lage das zu lesen aber es wäre ja kein Urlaub ne das heißt ähm eure Kommentare werde ich erst nach dem Oster ähm Wochenende dann quasi lesen und beantworten also lesen wahrscheinlich schon eher aber beantworten werde ich es dann nach dem Wochenende da bitte ich dann auch um Verständnis weil ähm ja sonst ist immer ein bisschen doof gerade mit dem Handy zu schreiben mag ich nicht so wenn ich ehrlich bin weil ich immer finde dass das sehr ich persönlich finde es immer sehr anstrengend ne mit dem Handy da rumzuwurschteln und zu schreiben beziehungsweise Smartphone ja nur dass ihr da Bescheid wisst und euch nicht wundert warum antwortet der Zerron nicht gut jetzt ähm haben wir das auch ich würde fast sagen ich würde fast sagen wir machen die Ecke hier noch wobei das falsch ist von hier zu nehmen wir sollten eher hier hinten nehmen kopieren wir setzen wir hier rein vielleicht sollten wir das mal drehen um 90 Grad das passt und dann würde ich sagen schauen wir uns das Ergebnis mal an und dann können wir das auch fast erstmal so sein lassen ich ähm ihr könnt mir ja gerne mal schreiben ob ihr echt sehen wollt wie ich das immer mache oder ob ich dann zwischen den Folgen generell vielleicht auch ein bisschen was machen soll so wir setzen das mal so und wir sehen jetzt hier ja zum Beispiel dass hier doch eine Menge Bäume auch ähm überstehen na also man sieht das hier hier unten die stehen über die kann man ganz schnell so markieren wie gehabt und dann die Entferntaste drücken und dann sind die auch ganz schnell weg man könnte die natürlich auch einzeln auswählen ist ein bisschen frickelig ich bin eher Fan davon vielleicht gibt es auch bessere Lösungen aber ähm so kann man eigentlich schon ganz schnell ja solche kleinen Problemfällchen korrigieren und man kann auch immer noch einzelne Bäume setzen also auch da ist man flexibel wir schauen uns mal an was wir gemacht haben die Kante sollte sauber sein ja ist sie auch wir haben gerade in diesem Bereich da hinten gearbeitet da können wir mal gucken hier fliegt noch ein Baum da fliegt auch noch einer also das ein oder andere ist halt noch nicht tausendprozentig optimal das kommt aber noch hier sieht man es auch noch ein bisschen kahl das werden wir auch noch aufarbeiten oh da haben wir sogar noch ein, zwei Bäume die nicht optimal sind die könnten wir wie gesagt über den Editor auch dann in 2D Editor entfernen jetzt haben wir es in 3D gemacht vorher saßen scheinbar auch noch welche unten also wie gesagt da haben wir definitiv Möglichkeiten schade ich war echt der Meinung dass man ähm dass man hier in diesen 3D Editor jetzt auch kopieren kann habe ich wahrscheinlich falsch gelesen mit diesem Patch oder ähm ich wende es nicht richtig an der Wald süht echt imposant aus ich würde hier wahrscheinlich sogar so ein so ein Mast es gibt es doch im Wald oft solche solche so ein Metallmast ist das ein Funkmast für Handys ich habe keine Ahnung oder für Radio vielleicht vielleicht machen wir so ein Funkmast rein und was es ja auch oft gibt ähm sind so dass man so eine Art ja nicht nicht Burg ja eine Burg wäre jetzt übertrieben hier oben ähm so ein Turm hat quasi ich weiß nicht ob ihr wisst was ich meine vielleicht können wir das auch noch machen ähm auch eine Sache die wir angehen können ähm ja mal gucken nächstes Mal ähm könnt ihr gerne mal schreiben ob wir den Wald hier fertig machen wollen und ob ihr auch alles en detail so weiter verfolgen wollt oder ob ich ähm einfach der Abwechslungshalt halber ähm manche Dinge wie jetzt zum Beispiel diesen Wald ausschmücken zwischen den Folgen quasi machen soll ähm da bin ich flexibel ähm ich will euch nur die Möglichkeit geben gerade auch Anfängern ähm dass man alles sieht und alles versteht und das war am Anfang mein Problem dass ich halt sowas nicht hatte und ähm ja man lernt es auch so aber ähm leichter wäre es natürlich über diese Variante gewesen von daher ist mir halt auch wichtig immer neue Leute anzusprechen die äh das Spiel nicht kennen und ähm ja von Anfang an hier alles verfolgen und ähm wissen dass sie hier gut aufgehoben sind na das ist ja auch eine wichtige Sache ja das sieht schon cool aus auch dass da oben die Tannen rüber gucken und so in Schatten das ist schon alles gefällt mir schon also ihr könnt gerne mal schreiben ähm wie gesagt ob wir so detailreich weiterarbeiten wollen oder ob zwischen den Folgen oder wir zumindest öfter wir könnten ja auch sagen wir arbeiten detailreich so weiter aber eine Folge Wald die nächste Folge Straße die nächste Folge vielleicht ein bisschen Schiene dann wieder der Wald können wir natürlich auch variieren bin ich äh auch für zu haben dass wir nicht nachher äh 3-4 Folgen Wald haben und ihr sagt so ah es sind äh ja toll 3-4 Folgen immer dasselbe ist ja auch langweilig also wie gesagt freue ich mich jetzt schon auf die Kommentare und ähm ja ihr könnt mir gerne mal schreiben ob wir halt nächstes Mal die nächste Folge nochmal Wald machen wollen oder ob wir halt das Industriegebiet mal anfangen wollen gerade mit dem Patch haben wir jetzt echt viele Möglichkeiten ähm ich würde dann gegebenenfalls auch ein paar Straßen schon mal voraussuchen und die hier hinlegen dass man mal guckt wie wirkt was und ähm eine 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 Bitte habe ich noch wenn ihr wisst wie man vielleicht gibt es da auch Sets ich weiß es nicht ich muss mal gucken ähm mein Problem ist wie sollen die hier aufs Grundstück kommen versteht ihr was ich meine der Bordstein äh müsste gesenkt werden ich bin auch der Meinung dass es sowas gibt ich habe das schon in Videos gesehen vielleicht habe ich das auch in meinen ganzen Sets drin ich habe ja mittlerweile echt eine Menge Straßen und so ähm da ist es echt gar nicht so einfach den Überblick zu behalten ähm müsste man mal gucken also ich werde mir das auf jeden Fall nächste Woche mal angucken ja ansonsten wenn ihr Ideen habt haut sie immer raus es gibt keine falschen Ideen ähm ja wir sind hier wirklich für alles offen und es freut mich dass wir so gemeinschaftlich sind äh ja sogar in so einer Gemeinschaft sind und hier gemeinschaftlich spielen das wollte ich sagen gut es ist jetzt später am Abend es ist 10 Uhr abends normalerweise liege ich um diese Zeit eigentlich schon im Bett ähm das erklärt vielleicht auch dass ich heute so ein bisschen verhaspelt war bitte ich zu entschuldigen aber ich wollte unbedingt die Ostersonntagsfolge rausbringen und die nicht ausfallen lassen ausgerechnet an Ostern ähm bedanke mich fürs Zugucken über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen und wenn ihr einen Kommentar da lasst würde ich mich noch viel 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 mehr freuen und ansonsten wünsche ich euch noch schöne Ostern und ähm ja erholt euch schön und ähm genießt es macht das Beste aus den Tagen und ähm bis zum nächsten Mal danke fürs Zusehen euer Zellron ciao ciao